Dieses Video handelt davon, wie wir digitale Farben sinnvoll festlegen. Wie legt man Farben am besten an, damit sie in verschiedenen Ausgabesituationen vorhersehbar wiedergegeben werden? Dazu schauen wir zuerst die Grundlagen an, Licht und Farben, gerätespezifische Farbräume und dann die medienneutralen Farben. Farben sind immer eine Mischung von Physik und Sinneswahrnehmung. Auf weißem Papier können Druckfarben oder Pigmenttinten eingesetzt werden, um Farbanteile aus dem weißen Licht herauszufiltern. Aus den drei Grundfarben Cyan, Magenta und Gelb entsteht in der Mischung Schwarz. Zumindest theoretisch, weil die Druckfarben nicht ganz so rein sind. In der Praxis entsteht ein Braunton, der mit der vierten Farbe Schwarz korrigiert werden kann. Farben können aber auch durch Mischung von Licht direkt entstehen. Rot, Grün und Blau ergeben dann zusammen Weiss. Bei einem Anzeigegerät wie einem Monitor hängt die Farbwiedergabe von den Grundfarben ab, außerdem von der Feinheit der Abstufungen und vom Helligkeitsbereich, den das Gerät wiedergeben kann. Rechts sehen Sie schematisch dargestellt verschiedene Farbräume, die eben sich unterscheiden können. Zu beachten ist dabei auch, dass gewisse Farben in einigen Farbräumen enthalten sind und in anderen wiederum nicht. Daraus entstehen bei der Konvertierung öfter mal Probleme. Als Basis, um Farbengeräte unabhängig festzulegen, dient der LAB-Farbraum. Er enthält alle sichtbaren Farben, davon sind jedoch viele technisch nicht reproduzierbar. Die Abstände zwischen den Farben entsprechen ungefähr der menschlichen Wahrnehmung. Die Definition setzt sich zusammen aus der L-Komponente der Helligkeit von 0 bis 100, A der Farbkomponente Grün-Rot und B der Farbkomponente Blau-Gelb. Eine etwas verständlichere Variante von LAB ist das Modell HLC, bei dem die A- und B-Koordinaten durch den Radius der Sättigung und den Farbwinkel ersetzt werden. Für die Praxis gibt es auch verschiedene RGB-Farbräume, die geräteunabhängig definiert sind. Sie enthalten jeweils die meisten bis alle reproduzierbaren Farben, je nach Gerät. Je größer sie sind, umso mehr nicht reproduzierbare Farben sind enthalten. Und je kleiner sie sind, umso feiner sind dafür die Farbabstufungen. Das RGB-Modell ist bezüglich der Wahrnehmung nicht gleichabständig. Dafür ist das Farbmodell verständlicher und technisch direkt umsetzbar. Hier sehen wir einen grafischen Vergleich zwischen dem Ruck-Farbraum und links Pro-Foto RGB, einem sehr grossen Farbraum mit den damit verbundenen Vor- und Nachteilen. Rechts im Vergleich dazu sRGB, ein zwar relativ kleiner Farbraum, der dafür auch wenige Farben definiert, die gar nicht reproduzierbar sind. In der Praxis sind viele Geräte auf diesen sRGB-Farbraum hin optimiert in der Farbwiedergabe. Digitale Daten können für alle möglichen Anwendungen dienen. Daher ist es sinnvoll, Farben universell festzulegen, damit sie nicht auf eine bestimmte Ausgabesituation vorbestimmt sind. Medienneutral definierte Farben erlauben die bestmögliche Ausgabe in jedem Medium, indem sie mittels Farbmanagement auf die jeweilige Situation angepasst werden. In der Praxis benutzt man also am besten LRB oder ein medieneutrales RGB. Dabei ist darauf zu achten, dass gewisse Farben definiert werden können, die in der Ausgabe gar nicht reproduzierbar sind. Im Zweifelsfall sollte man also darauf achten, welche Ausgaben verwendet werden sollen und mehr oder weniger den kleinen gemeinsamen Nenner einsetzen. Für eine sozusagen industrielle Handhabung von Farben ist sRGB wahrscheinlich der bestmögliche Farbraum als Kompromiss zwischen Umfang und Verlusten bei der Konvertierung. Weitere Angaben finden Sie beim Verein Freie Farbe, der übrigens auch Hilfsmittel liefert, beispielsweise Farbfächer auf der Basis von HLC, die sehr einfach zu handhaben sind. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Untertitelung des ZDF für funk, 2017